Herzlich Willkommen. Mein Name ist Barbara Stockmeier. Ich bin Initiatorin der Neuen Oberstufe Berlin und habe die letzten drei Jahre bei der Deutschen Schulakademie das Innovationslabor Neue Oberstufe geleitet. Gemeinsam mit der Deutschen Schulakademie möchte ich Sie heute zu unserem Online-Forum Neue Oberstufe am 22. und 23. März einladen. Die Deutsche Schulakademie richtet sich mit dieser Veranstaltung an alle Schulen, die ihre Oberstufen mutig weiterdenken möchten. Wie sieht Lernen und Lehren in einer Oberstufe aus, die den Ansprüchen an eine zeitgemäße Bildung und Inklusion gerecht wird? Lassen Sie uns gemeinsam Antworten auf diese spannende Frage finden. Das Forum möchte mit Ihnen Ideen und Konzepte für eine neue Oberstufe diskutieren. Es widmet sich unter anderem den Themen neue Lehr-Lern-Formate, flexibilisierte Bildungswege zum Abitur und alternative Leistungs- und Prüfungsformate. Wir möchten mit Ihnen Spielräume ausloten und praxisnahe alltagstaugliche Handlungsoptionen kennenlernen. Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus Oberstufen und aus Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises stellen Ihnen in Workshops innovative Konzepte aus Ihrem Schulalltag vor. Außerdem erwarten Sie Podiumsdiskussionen und fachliche Impulse aus der Wissenschaft. Nicht zuletzt bleibt Ihnen auch in diesem Forum ausreichend Zeit für Begegnung, Austausch und Vernetzung. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.